Eine WordPress 404 Fehlerseite erstellen. Niemand mag Fehlerseiten, niemand mag es, wenn er auf eine Seite kommt, die es nicht gibt. Und deine Aufgabe als Website-Betreiber besteht darin, dieses Problem so gut es geht zu eliminieren. Natürlich kommt es immer wieder mal vor, dass man auf eine Seite verlinkt, die es nicht mehr gibt. Und aus diesem Grund benötigst du eine professionelle 404 Fehlerseite. Bei einigen Themes ist es so, dass du diese nicht individualisieren kannst. Und in diesem Video zeige ich dir eine Möglichkeit, wie du das einfach umsetzen kannst, dass du eine schöne 404 Fehlerseite erstellst und gestaltest. Damit hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Oliver Pfeil. Und wenn du diesem kostenlosen Video etwas zurückgeben möchtest, gib dem Video einen Daumen nach oben. Abonniere auch gern diesen Kanal. Und ich habe jetzt zwei Folien für dich vorbereitet, bevor es dann gleich in die Praxis geht. Und ich dir das live zeige. Zum einen ein Plugin, mit dem du das Ganze umsetzen kannst. Und dieses nennt sich Smart Custom 404 Arrow Page. Das ist ein Plugin, das wir jetzt dann auch gleich zusammen installieren. Und mit dem du das sehr schön umsetzen kannst. Falls du eine professionelle Lösung, wie beispielsweise den Elementor verwendest, so den Thrive Theme Builder, hast du sowohl beim Elementor als auch bei Thrive direkt eine Lösung mit an Bord, mit der du eine 404 Fehlerseite erstellen und gestalten kannst. Das bedeutet, wenn du den Elementor verwendest, wenn du Thrive verwendest, dann benötigst du dieses Plugin nicht. Aber in aller Regel wirst du jetzt diese Editoren wahrscheinlich nicht verwenden. Aus dem Grund zeige ich dir das mit dem Smart Custom 404 Arrow Page Plugin. Ein paar Tipps an dieser Stelle noch für die 404 Fehlerseite. Mach das Ganze nicht zu technisch. Natürlich sollte hier stehen, das ist eine Seite, die es nicht gibt. Und 404 Fehler vielleicht. Aber mach das Ganze nicht zu technisch, sondern inhaltlich positiv. Und gib deinem Besucher einen kleinen Impuls. Was ist denn der nächste Schritt? Einen Button oder einen Link auf die Startseite? Vielleicht auch eine Suchfunktion? Oder schreib ganz nett auf die Seite. Herzlichen Glückwunsch, du hast gerade eine Seite gefunden, die selbst wir nicht kennen. Dann schmunzelt der Besucher und ist nicht in erster Linie verärgert, weil er irgendwie auf eine nicht existierende Seite kommt. Und wir sehen uns das Ganze jetzt an, wie du das mit dem Plugin Smart Custom 404 Arrow Page umsetzen kannst. Dazu klickst du bei dir auf Plugins und neues Plugin hinzufügen. Und wir suchen jetzt genau nach dieser Bezeichnung. Und geben hier rechts oben Smart Custom ein. Und dann schauen wir mal, ob das schon ausreicht. Nein, wir finden hier das hier nicht. 404 Arrow Page geben wir noch mit ein. 404 Arrow Page. Und ich habe hier natürlich einen Fehler. Ich habe einen Rechtschreibfehler mit eingebaut. So sollten wir es dann auch finden. Okay. Das hier ist das Problem Smart Custom 404 Arrow Page. Hier nochmal 404 Page mit dabei. Ich mache es ein bisschen größer. Dieses hier. Und ich klicke auf Installieren. Rein, ich kennst du diesen Prozess. Das heißt, wir müssen als erstes auf jetzt installieren klicken und anschließend auf aktivieren. Und dann steht uns dieses Plugin zur Verfügung. In der Regel ist es so, wenn du hier ein neues Plugin installierst, hast du auf der linken Seite eine zusätzliche, ein zusätzliches Menü, eine zusätzliche Einstellungsmöglichkeit. Bei diesem Plugin ist es so, dass du hier unter Designs einen Punkt 404 Fehlerseite findest. Den findest du erst, wenn du dieses Plugin erstellen und installiert hast. Und hier gibt es generelle Einstellungen. Hier kannst du die Seite auswählen und dann noch erweiterte Einstellungen, die wir jetzt an dieser Stelle aber nicht brauchen. Das heißt, der erste Schritt besteht darin, dass wir eine 404 Fehlerseite grundsätzlich einmal in WordPress erstellen. Dazu klicken wir unter Seiten auf Neue Seite erstellen. Und wir geben hier 404 Fehlerseite ein. Das würde technisch gesehen jetzt schon mal ausreichen, wenn du diese erstellst. Aber hier hast du eben die Möglichkeit, dass du diese schön und modern gestaltest. Und ich mache das jetzt einfach nur kurz und knapp. Du bist hier auf einer Seite gelandet, die es leider nicht gibt. Und klicke hier auf folgenden Link und du gelangst zur Startseite. Und dann können wir hier entsprechend einen Link hinterlegen. Ich lasse das jetzt, ist ja nur ein Beispiel. Aber so funktioniert das mal vom Prinzip her. Diese Seite ist natürlich nicht schön gestaltet, aber du hast jetzt alle Möglichkeiten, mit deinem Editor, egal ob du jetzt den Gutenberg-Editor oder einen anderen verwendest, diese Seite so zu erstellen. Wenn du das getan hast, klicken wir wieder auf Design 404 Fehlerseite. Und dann kannst du deine Fehlerseite hier entsprechend auswählen. Jetzt möchte ich allerdings kurz zur Website klicken und mal eine Seite öffnen, die es hier nicht gibt. Dann sieht das grundsätzlich hier so aus. Ist jetzt keine schlechte Seite, aber das ist von dem Sieben entsprechend so gestaltet und hier kann ich nichts ändern. Bei dir sieht das wahrscheinlich eh ganz anders aus. Und sobald wir jetzt hier diese Seite auswählen und das Ganze hier speichern, dann wird hier entsprechend diese Seite so dargestellt. Mit deinem Inhalt. Bei mir ist das jetzt eine Testseite, ich habe jetzt letztens ein Video aufgenommen mit Widgets, daher das spielt hier eigentlich keine Rolle, sollte hier eigentlich auch nicht enthalten sein. Aber genau darum geht es hier und du kannst hier deinen eigenen Text einfügen und das mit einem Plagin und du siehst, das ist in kürzester Zeit hier eingesetzt. Das heißt, ich blende hier nochmal ein, Smart Custom 404 Arrow Page an sich das Ganze und ich hoffe jetzt, dass dir dieses Video einen Mehrwert gegeben hat. Sei es gut, gib dem Video einen Daumen nach oben, abonniere auch gerne diesen Kanal und dann sehen wir uns bei einem weiteren Video über WordPress einmal wieder. Viele Grüße, dein Oliver Pfeil. Viele Grüße, dein Oliver Pfeil.